Oh mein Gott. Liebe Miss Arcadia, was ist wirklich mit dem Feuer im Norden der Stadt los und wann kommt es hier runter und fackelt uns alle mit einer feurigen Umarmung des Todes ab? Ich frage für einen Freund. Ähm, Bros, Bofor, Bronies, Äh, Erster und so weiter. Ähm, ja. Macht das Feuer nicht einen Tag nach dem Firewalk hier spielten aus? Hm, North Coaster. Das ist ein kurioses Feuer, meine Freunde. Quellen in ABF, die sagen, sie haben so etwas noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie es begann. Keine Ahnung, wie es so lange brennt. Ein absolutes Mysterium. Setzt eure Hüte aus Alufolie auf und spekuliert. Ask Miss Arcadia. Ein Drache mit Streichfeldzahn wurde auf die Stadt losgelassen. Dead Fan. Preskits, 50% ernst gemeint. Lady, Efridit. Efridit. Warum nur 50? Die Preskits sind scheiße, zwielichtig. Traust du es denen zu? Sie hatten vermutlich belastende Beweise zu verbrennen oder sogar Leichen. Ganz abgesehen von den Chemtrails, die sie in der ganzen Stadt verteilen. Höchst entzündlich. Nothing forever. All Camps Rasiermesser, Leute. Nur ein paar Kinder, die im Wald kiffen. Was das Seltsame angeht. Diese Stadt ist seltsam. Was gibt's sonst noch Neues? SZ. Nothing forever. Aber warum männliche Models? Lady, Efridit. At SZ. Die Stadt wurde auf einem Indianer-Friedhof gebaut. Oder etwa nicht. King Walls. At King Walls. Friedhof der amerikanischen Ureinwohner. Und nein, wurde sie nicht. SZ. At King Walls. Burn. Kapiert. Guy forget. Vorheriges Thema, Legalisierung von Marihuana in Oregon, wie ihr euch beteiligen könnt. Nächstes Thema, Anstieg der Blackwell-Gebühren. Steht kurz bevor. Okay, Kalender. Mhm. Freitag, 7.5.2010, Biologie, Seiten 247 bis 255, Labornotizen, Theaterprobe im Kostüm, Überprüfung der Schauspieler, Platzierung des Einsatzes der Lichter, etc. Englisch, HDF, 188 bis 244, das amerikanische Erlebnis, Stichwort für einen Aufsatz, ca. 3 bis 5 Seiten. Latein, Konjugationsarbeitsblatt, Vokabelliste 1 bis 18. Wupp. Ich glaube, Rachel könnte ein anderes Fach benutzen. Ein neues Fach. Hm. Anatomie? Oh, Kräuterkunde. Ähm, ja. Bücher. Die vollständigen Werke von William Shakespeare. Rachel ist wirklich in den Sternen. Ich wundere, ob es ihr Weg ist, sich verbunden zu fühlen. Hm. Na, was sagte sie denn, Chloe? Ähm, the corners of the world are near prologue. Okay. Oh mein Gott, Leute, wir haben so viel durchzulesen. Das wird 20.000 Seiten. Okay, ähm, wir haben jetzt alle gefunden, weil das war die letzte. Oh je, oh arme Rachel. Ich habe gehört, dass Rachel und Nathan hangen manchmal, aber es scheint trotzdem schwierig zu glauben. Ich kann nicht vorstellen, was Rachel ist, was Rachel ist zu denken. Ich will sie mir sagen, wenn sie bereit sind. Hey, Rachel. Ich bin glücklich, du bist hier, Chloe. Natürlich. Ich bin glücklich, du bist. Ja. 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 Oh, passt ja super drauf. Coole Lampe. All bereit für Rachels Lichtshow. Better get her attention first. Okay. Hey. Check it out. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? You remind us there's so much beauty out there. Which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. But that doesn't make them any less beautiful. Right? I don't know. If they're not even real. Then... What's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I don't know. I bet there's like... One other chick in Australia who's super trustworthy. No chance. You're one in a hundred infinities, Chloe Price. I wore this bracelet in my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. You should take it back. No. There's nowhere else I'd rather keep it than my dear. The fact that she's here right now. That she came here. For me. I think I need to see her. Is that wrong? Honestly. I have no idea what's right or wrong in this situation. I just know that whatever you decide... I'm in. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. I think I might be able to fix up that truck in the junkyard. Really? I'll give it my best. I know you will. But even if we find her... How will I talk to her? What do I say? After my dad died... I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow... When we speak... I always know what to say. When you speak? In my dreams... He's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking... Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them... That means they're real. To us. Right? Right. I was just thinking... 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 I was thinking... Dad, ich glaube, wir sind verabschiedet. Hey, maybe you should let me drive, you always do it wrong. That was one time, when are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Brother, those are some of my favorite memories. We never... that wasn't you. Hmm, could have sworn that was me. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? Why don't you go take a look? Fine, it's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Something about the whole world being a stage. So might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Hmm, well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Flood lights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Dad! I know! Fail! Fail! Oh, 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 oh. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. Oh, Frank. Eager much? I have a question to ask you first. I mean, a favor. You can't be fucking serious. I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? I would really appreciate it. I'm your favorite client, remember? Me in the junkyard in two hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well. I guess. What am I getting myself into? Okay. I've got two hours to kill. A shower would be fucking amazing. Okay, Liam. Ich würde aber sagen, wir machen hier einen Cut und schauen einfach mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Es wird jetzt wirklich ziemlich interessant, muss ich sagen. Die Suche nach Rachels echter Mom und ja, es kommt gerade irgendwie alles, als man irgendwie denken könnte, möchte, sollte. Also, es ist sehr spannend, muss ich sagen. Also, ich bin bisher echt begeistert, weil, ja. Also, ich habe gerade schon Gänsehaut gehabt. Ich hatte gerade Tränen in den Augen, wo Rachel alles erzählt hat und da bin ich ganz ehrlich. Ähm, Chloe mit ihrem Papa. Ja. Ich würde sagen, wir sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage, ciao, ciao, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.